Seit 1994 entwickelt und produziert die Moje Keramikimplantate GmbH und QKG aus Petersberg in Thüringen Implantate für Zehen, Hand- und Fingergelenke und für den Dentalbereich aus Zirkonkeramik. Unser Hauptaugenmerk gilt dem Einsatz der kleinen Knochendurchmesser in diesen hochbelasteten Bereichen, für die bisher keine Implantatlösungen zur Verfügung standen. Dabei haben wir in den letzten Jahren differenzierte Fertigungsmethoden entwickelt, die nachweislich zu besseren Rauigkeitswerten und damit zu weitaus höheren biomechanischen Verbindungen mit dem Kieferknochen führten. Inzwischen setzen viele Kliniken und ambulant operierende Ärzte Moje Keramikimplantate erfolgreich ein. Weltweit.